Hi Judith! Hallo Jan! Wieso nicht Controlling, sondern Business Development? Weil ich nicht nur den ganzen Tag mit Zahlen mich umgeben möchte, sondern doch auch einfach etwas anderes sehen möchte. Ergänze an meinen Aufgaben im Business Development reizt mich besonders? Die Vielfältigkeit im internationalen Bereich. Was steht aktuell als Aufgabe ganz oben auf deiner beruflichen To-Do-List? Die Expansion in Spanien. Worauf könntest du an deinem Arbeitsplatz nicht verzichten? Auf mein Team. Kantine oder Pausenbrot? Kantine. Kaffee oder Tee? Kaffee. Schickimicki-Club oder Schützenfest? Sowohl als auch. Aus unserem Schulungsprogramm Excel-Vertiefung oder Sprachkurs? Sprachkurs. Früher Vogel oder Langschläfer? Langschläfer. Träumer oder Realist? Realist. E-Mails schreiben oder persönlich anrufen? Persönlich anrufen. Penthouse oder Landhaus? Landhaus. Pinnwand oder Zettelwahnsinn? Zettelwahnsinn. Projektarbeit oder Tagesgeschäft? Projektarbeit. Oft unterwegs oder oft im Büro? Schon eher unterwegs. Dein Desktop Dateibust oder durchdachte Ordnerstruktur? Durchdacht momentan. Was machst du morgens im Büro als erstes? Einen Kaffee kochen. Wie bringst du deine Kollegen auf 180? Wenn ich zehnmal das gleiche frage. Ergänze an einem freien Tag? Bin ich zu Hause und ruhe mich aus. Was wolltest du als Kind immer werden? Irgendwas mit Kindern wollte ich machen. Erzähl mal einen Witz. Ach nö. ... ... ... ... ... Vielen Dank.